Die Föhrum ETFs sind genehmigt und das ist rundherum passiert. Guten Morgen zusammen, 6.20 Uhr und jetzt hier die neuesten Föhrum Spot ETF News. Nachdem ich gestern Abend kein Video mehr machen konnte, wollte ich natürlich jetzt gerne eins machen, weil ich habe gestern Abend noch abgewartet und Tee getrunken an dieser Stelle und danach ging es dann los und zwar die SEC hat alle Föhrum ETFs genehmigt. Ohne Staking war es dann doch eine Genehmigung. Und das ist ja das, was ich auch gestern schon im Video gesagt habe. Ich habe ja gesagt, für mich gibt es eigentlich keinen Grund, das Ganze abzulehnen. Erstens, wir haben in China eine Föhrum Spot ETF und zweitens, die größte Kritik war hier das Thema Staking. Wenn ich also stake, habe ich zwei Sachen. Einmal, ich habe passives Einkommen durch Staking Rewards und zweitens, ich habe Mitspracherecht, weil ich ja ein Staker bin und ein Votum habe hier bei der Proof of Stake Föhrum. Und das Ganze ist komplett weggefallen. Das heißt also, es ist einfach nur eine Anlageklasse, also demnach ein Rohstoff und nicht, so wie andere sagen, ein Wertpapier. Also ist das Ganze klar, dass hier das Ganze eigentlich durchgehen musste. Ich persönlich hätte mich sehr gewundert, wenn das Ganze nicht durchgegangen wäre, aber es ist nun durch. Also wir haben eine Föhrum Spot ETF nun da. Ja, und die Reaktion, die ist diese hier. Und zwar sieht es jetzt nicht nach einer großen Kerze aus, aber ich möchte euch das Ganze erklären. Im gestrigen Video war ich hier mit dieser Kerze noch gar nicht vertraut, aber mit dieser bin ich leider jetzt vertraut. Kein schönes Thema, gehe ich gleich drauf ein. Denn wir sehen hier, dass Föhrum sich hier oben hält. Also das heißt, hier war die rote Kerze, dann ist es wieder hochgegangen. Gehen wir in den 15-Minuten-Chart, beziehungsweise 10-Minuten-Chart, dann sehen wir das Ganze. Hier sind wir runtergegangen und dann auch gleichzeitig wieder hoch. Anders sieht es aber zum Beispiel wie beim Bitcoin-Haus. Der Bitcoin, der hat nämlich auch das Ganze hinter sich. Und zwar ist der hier runtergefallen und dann nicht wieder hochgekommen. Ja, und das ist sehr, sehr spannend an dieser Stelle, warum das nämlich so ist. Und zwar, weil der Firm Spot ETF da ist, beziehungsweise auch erwartet wurde. Ja, und bei Bitcoin war da nicht die Reaktion da. Aber jetzt natürlich die große Frage, warum ist denn hier diese rote Kerze entstanden? Was ist denn hier genau passiert? Warum ist es hier runtergegangen? Ja, ich habe schon gerade gesagt, es war eine nicht erfreuliche Nachricht. Ich habe da mal versucht, so ein bisschen die Zeiten dieser roten Kerze mit den Nachrichten der Welt und natürlich auch den Twitter-Post, beziehungsweise X-Post, die dann zu diesem Zeitpunkt kursierten, habe ich da mal retuschiert. Und ja, es kam leider das raus. Ich habe es immer wieder erwähnt. Ich habe es auch immer wieder gesagt. Es gibt hier verschiedene Krisenhärte auf dieser Welt. Wir haben einmal den Ukraine-Russland-Konflikt. Dann haben wir das ganze Israel-Nahe Osten-Konflikt, beziehungsweise Palästina und was da noch drumherum kassiert und der dritte Konflikt, den ich euch immer wieder gesagt habe, viele Leute sagen immer, ich kann das nicht mehr hören. Er sagt immer Sommerloch, dann sagt er immer Taiwan. Ja, und jetzt ist es Taiwan. Es kamen ganz viele Nachrichten, dass Taiwan mit Kriegsschiffen umstellt wurden und dass Anfang Juni auch hier ein Angriffskrieg passieren soll, beziehungsweise ein Angriff von Seiten Chinas. Ja, nicht so schöne Nachrichten, muss man an dieser Stelle sagen, aber das war genau der Zeitstempel, wo wir hier rekonstruieren konnten, wo hier diese roten Kerzen reinkamen. Da kamen einige Meldungen dazu mit Radarbilder, Screenshots und frag mich, was da alles reinkam. Ja, und da kam halt diese fiese Meldung rein. Bei Erfirmen war es so, dass die Meldung ja hier war, also die rote Kerte. Und dann kam es aber hier zu Spekulationen um 20 Uhr hier bei TradingView, sprich 22 Uhr, kam es dann zu Spekulationen. Kommt der Erfirmen Sport.deff oder kommt er nicht? Ja, und um 23 Uhr deutsche Zeit, das ist dann diese grüne Kerze, ist es dann so gewesen, dass es dann genau der Fall war, dass man sagt, ja, es ist soweit, hier kommt der Erfirmen Sport.deff. Und dann hat sich das Ganze, hier sehen wir es nochmal, im 15-Minuten-Chart dann relativ schnell erholt, nachdem dann diese Nachricht da war, beziehungsweise das ist die Kerze der Nachricht. Und vorher haben viele gesagt, nee, nee, das wird nichts, Sell-The-News-Event, Short, die lehnen das ab und ich bin schon mal Short. Ja, viele Short gegangen und dann haben die Long-Trader zugeschlagen an dieser Stelle. Apropos Long-Trader, wir haben gesehen, dass einige Link-Nutzer, die bei unseren Link genutzt haben, bei Maxi, dass die gestern sehr gute Gewinne mitgenommen haben, bei diesem sehr volatilen Markt gestern. Und deswegen können wir uns immer wieder darauf sagen, selbst Maxi sagt es hier, Maxi Futures, der Spot für den ETF, der ist nun approved. Also auch da einfach mal hier reinschauen bei Maxi. Maxi ist ja bekanntlich die zweitgrößte Börse, was Kryptowährungslistung angeht. Ihr könnt ganz normal Spot traden, das kennt ihr ja, könnt ihr ja Kryptowährungen kaufen, wie gesagt, das ist am zweitmeisten gelistet von allen Kryptowährungen hier. Und ihr könnt auch hier verschiedene Futures machen. Einmal die Perpetual Futures mit USDT oder die Coin Futures, das heißt also ihr könnt hier USDT setzen oder hier zum Beispiel, ich bin nicht eingeloggt, das sind ganze Nachrichten, oder hier bei den Coin M Perpetual Futures, da könnt ihr dann natürlich auch einfach Kryptowährungen setzen. Das heißt, ihr habt zum Beispiel Bitcoin, dann geht doch mit diesem Bitcoin einfach long oder short an dieser Stelle. Also ganz einfach, easy, simple, Maxi, sehr zuverlässiger Partner und sehr einfache Börse. Alle Infos zu dieser Börse findest du hier und du kannst auch mal 10% sparen auf alle Gebühren mit dem Link hier unten und nicht nur einfach sparen, sondern einen Cashback bekommen. Ja und viele Reaktionen dann auf Twitter waren dann sowas hier zum Beispiel, Vitalik tanzt nun, ja, ich folge ihm ja hier sehr gerne, er hat immer sehr lustige Memes, also Naivie kann man hier immer sehr gut folgen, wahrscheinlich ganz anders ausgesprochen, auf jeden Fall sehr interessante Memes, ja und hier Vitalik danzt an dieser Stelle. Andere Reaktionen kamen dann eher von Seiten der Bitcoin-Maximalisten. Da haben wir viele, viele Reaktionen gesehen und die nicht positiv waren und das war gestern Abend nach der Zulassung ein krasses Battle. Also wer da auf x ein paar Accounts folgt, der konnte da sehr lustige Kommentare lesen, ich fand es sehr lustig. Ich habe hier einen rausgesucht, der ist vom Blog-Trainer. Jetzt ist aber die Frage, ich glaube nicht, dass es Roman selber war, der das geschrieben hat. Es kann auch sein, dass es Mitarbeiter war, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall hier, da hat der politische Druck wohl dazu geführt, dass die SEC Erfüllungspot ETF zulassen musste, ob der SEC klar ist, was sie damit losgetreten hat. Ja und dieser Satz ist jetzt für viele vielleicht, ja wieso, es ist doch einfach nur ein Erfüllungspot ETF. Ja, das Ding ist an dieser Stelle, wir haben nach diesem Erfüllungspot ETF auch noch andere, die drauf spekulieren, dass sie hier ein Spot ETF bekommen, zum Beispiel XRP, Solana, Cardano wird auch immer wieder genannt, aber das Ganze kann ich schon mal ein bisschen abflachen. Und zwar, wenn man den Leuten zuhört, die hier einen ETF aufsetzen, beziehungsweise hier den ETF vertreiben, verwalten, wie auch immer, die sagen eigentlich alle das gleiche und zwar, dass die Nachfrage bei Bitcoin gigantisch war und dass die Nachfrage nach der Führung sehr hoch war und danach kommt eigentlich lange, lange nichts. Danach hieß es eigentlich nur, dass Solana und XRP da sind, aber die Nachfrage ist so gering, dass es sich hier nicht lohnt, einen ETF aufzusetzen, dann sich mit der SEC zu streiten und so weiter. Also eigentlich ist es so, erst wenn sowas wie BlackRock kommen würde und sagt, ja, pass auf, Cardano, Solana, hier die Top 10, da können wir mal ein bisschen zuschlagen, wir haben ja auch noch einen Doge ETF, was auch immer, dann kann man sich vorstellen, dass da was kommt, aber ich persönlich glaube nicht, dass da was kommt. Lustig war nämlich auch die Vorhersage, die ich bei Solana nämlich getätigt habe. Ich habe ja gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass nicht nur Erfüllung positiv reagiert, wenn der Erfüllungspot ETF da ist, sondern dass direkt die Nächsten reagieren, weil hier die Hoffnung groß ist, dass sie die Nächsten sind für einen Spot ETF. Und ich habe damals immer wieder gesagt, ich kann mir das bei Solana sehr gut vorstellen. Ja, und schaut mal hier, Solana hat diese volatile Stunde genauso mitgemacht wie Erfüllung. 20 Uhr hier bei TradingView und um 21 Uhr, ihr müsst immer zwei Stunden drauf rechnen, 21 Uhr hier genau das, was ich gesagt habe. Ich kann mir vorstellen, dass wenn der Erfüllungspot ETF zugelassen wird, dass Erfüllungspot ETF hier positiv reagieren würde. Und schaut mal, es ist genau so gekommen. 21 Uhr hier bei TradingView, also unsere Zeit 23 Uhr und ist dann nach oben geschossen. Sehr interessant an dieser Stelle. Also genau das, was ich mir gedacht habe, ist auch hier so passiert. Circa 5% nach oben, aber die Realität sieht einfach so aus, dass es Aussagen gibt, die einfach darauf hindeuten, dass es keinen Solana-Spot ETF geben wird. Deswegen sehen wir diesen Rückwärts-Move auch hier an dieser Stelle. Andere wie zum Beispiel XRP, die haben zwar auch reagiert hier, minimal, minimal muss man an dieser Stelle sagen, die haben aber nicht wirklich auf diese Reaktion des Spot ETF reagiert. Habe ich eigentlich persönlich mit gerechnet, ist aber nicht der Fall. Und ein anderer, den ich auch genannt habe, den ich jetzt eigentlich in den letzten Tagen erst nannte, das war Cardano und auch da keine Reaktion zu sehen an dieser Stelle. Zumindest eigentlich ziemlich gleich wie der XRP-Chart an dieser Stelle, da keine Reaktion zu sehen. Aber ganz klar können wir hier nochmal festhalten, denn die Firmen hat hier definitiv positiv reagiert, aber vorher halt extrem volatil, weil viele eher nicht damit gerechnet haben. Und was man auch festhalten muss, es war genauso wie beim Bitcoin-Spot ETF, vor 22.30 Uhr unserer deutschen Zeit wird da gar nichts entschieden. Und hier war es in dem Fall 23.00 Uhr. Circa 23.00 Uhr, 2.00 Uhr, 23.00 Uhr, 3.00 Uhr kamen die ersten X-Posts an dieser Stelle. Und dann ist es nun durch. Wir sehen auch schon hier die ersten Ticker zu diesem Affirm-Spot ETFs, zum Beispiel den iShares Affirm, der wird dann ETH A sich nennen. Da sagen viele, der wird eigentlich so der interessanteste. Und genau so wird es wie beim Bitcoin-Spot ETF kommen. Wir werden alle auf den iShares schauen, sprich auf BlackRock. Deswegen ist es sehr spannend, diesen Ticker hier im Auge zu behalten. Ja, und sonst waren die Reaktionen eigentlich gerade von dem Bitcoinern, ja, warum, wieso, was soll das? Und Bitcoin ist das einzig Wahre. Ja, okay, alles schön und gut, muss man an dieser Stelle sagen. Aber es war logisch, dass hier die zweitgrößte Kryptowährung definitiv hier eine Rolle spielen wird für den Spot ETF. Wie gesagt, wir haben diese zwei großen Kritiken gehabt. Und zwar ist es ein Rohstoff oder ist es eher ein Wertpapier? Wenn man da Staking-Aktionen mit dazu nimmt und so weiter, durch Proof of Stake, durch Staking, durch Rendite und Stimmrecht an der Foundation, also dass man da mitstimmen kann, wenn da Entscheidungen getroffen werden und so weiter. Am Protokoll natürlich nicht an der Foundation. Da muss man natürlich sagen, ja, dann ist es eher ein Wertpapier. Wenn man es aber rein aus Investorensicht nimmt, dann ist es auch eigentlich ein Rohstoff. Das heißt, wenn ich kein Staking nutze, wenn ich es einfach nur kaufe und liegen lasse, ist es eigentlich ein Rohstoff und könnten andere Kryptowährungen genauso sein, wenn ich halt diese ganzen Aspekte nicht nutze, wie Stimmrecht und so weiter. Ja, und genau das hat die SEC nun entschieden. Und genau so sieht es nun aus. Also ist der reine Affirm Coin, beziehungsweise der ETH, der Ether Coin, der ist nun ein Rohstoff. Wenn ich damit aber andere Sachen mache, dann ist es eher ein Wertpapier. Und das hat die SEC entschieden. Haben wir mit dieser Affirm Spot ETF Genehmigung schwarz auf weiß, beziehungsweise kann man so sich im Hintergrund ausmalen. Und ich glaube, jede andere Spot ETF Zulassung einer Kryptowährung kann genauso argumentieren und wird damit sogar wahrscheinlich durchkommen. Also sehr spannend, was in Zukunft passiert. Aber wie gesagt, das was man so hört, ist, dass die Nachfrage bei zum Beispiel Solana, XRP oder auch Cardano nicht so hoch ist, dass man hier sagt, wir setzen hier ein ETF auf. Aber wer weiß, was in Zukunft passiert. Also das ganze Thema bleibt sehr spannend. Am Ende noch ein kleiner Hinweis und zwar, wir haben jetzt 6 Uhr morgens, ich werde jetzt gleich mich mal hinlegen, weil ihr wisst ja, ich arbeite nachts und jetzt habe ich frei. Deswegen noch schnell hier dieses Video, weil ich gestern Abend nicht darauf reagieren konnte. Aber ich habe nachher noch einen Termin und zwar mit jemandem aus der EU-Kommission. Also ich kann immer nur wieder sagen, Web3Welt ist unser Podcast, den ich mit dem lieben Shandor zusammen mache. Und wir haben da echt immer spannende Gäste. Ich kann jetzt schon mal anteasern, in ein bis zwei Wochen, nicht genau sicher, wann die rauskommt, die Folge, haben wir einen Gaming-Experten dabei, wenn der Termin nicht verschoben wird. Also da freue ich mich schon sehr drauf. Ich habe schon lange gekämpft, mit ihm einen Termin zu bekommen. Aber es ist nicht immer einfach, weil er wirklich sehr beschäftigt ist. Es ist ein Gaming-Experte und wir werden über Web3 Gaming sprechen. Also nächste Woche EU-Kommission und dann Gaming, wenn alles nach Zeitplan läuft. Also Web3 Welt gerne mal reinhören. Gerne, falls ihr unterwegs seid, ist bei Spotify, bei Apple Music und wie das alles heißt, könnt ihr ganz einfach euch anhören. Immer wieder eine Folge, jede Woche, jeden Donnerstag einfach reinhören. Mit Shandor und mir kann ich nur euch ans Herz legen. Ja, und jetzt sind wir schon am Ende des Videos. Ich kann noch den einen Hinweis geben und zwar unsere Telegram-Gruppe. Gerne da reinkommen, erster Link in der Videobeschreibung, checkt mal ab. Gerne reinkommen, kostenlos für alle. Wir sprechen über Krypto, wir geben News raus, wir können über Kryptowährungen diskutieren, wir können über Meme-Talken diskutieren. Alles, was ihr möchtet, ist eine freie Telegram-Gruppe. Ihr müsst nur immer damit rechnen, dass ich ein Video ankündige. In diesem Sinne, ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.